Kater Carlo hat HoloBest schon ein bisschen aufgepimpt. Pimp my home, hieß es bei ihm und wir müssen jetzt darunter leiden. Hey, ich bin gefangen. Ist es auch einer von Carlos Tricks? Haha, es kreist ja fast in Unverschämtheit, dass du hilflos erwichtest, bis hier er geschafft hast. Denn Lachen wird dir noch vergehen. Glaubst du? Du grüßt mein Gastherzlose. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss mich um meine Marienitten kümmern. Nimm meinen Freunden hier vor, liebe Okay. Warte. Okay, kein Ding. Ich kann immer noch boxen. Flieh vor den Herzlosen. Witzbolde, da ist eine Ecke. Da ist eine Ecke. Hier komme ich aber nicht raus. What the... What the fuck? Hallo? Doch, ich muss ja in der Ecke, oder? Mit meinem Schlüsselschwert wären die... Keine Gegner. Egal, ich muss das irgendeine... Ich muss das eigener Schaft grafen. Keine Ahnung, aus dem Weg. Aus dem Weg! Goofy. Du bist unverbesserlich sauer. Der König hat auch gesagt, dass wir warten sollen. Goofy. Du sollst nicht einfach so abbauen. Entschuldige, dass ich euch nicht eingeweiht habe. Schon drüber, gehen wir. Okay. Hey, was machst du denn so ein Gesicht? Wie? Geht's einfach nicht zurück zum Schloss? Wir verfolgen natürlich Carlo. Jetzt hast du doch schließlich Verstärkung. Ich. Bist du dir sicher? Klar. Auch die Freunde helfen sich. Wenn es drauf ankommt, oder? Stimmt. Überlast die Herzlosen mir. Ist gut. Goofy hat sich dir angeschlossen. Schalte mit Bitten zwischen drei Fallensmüssen um ihn. Als ich mich davon drücke... Durch das Drücken von A kannst du Gefährten bitten, dir zu folgen. Gegner anzugreifen oder Block zu erstellen. Das aktuelle Fallensmüster wird unten rechts mit dem Bildschirm angezeigt. Gefährte bei dem Automatstand anbisier das Ziel. Jedes Angriffskommando in deinem Deck wird automatisch durch eins von zwei Goofy-Kommandos ersetzt. Du rüste den Kommando im Matrix-Angriffskommandos und zählst hier einen Heiltrank aus. Oh, okay. Ich war nicht gut wie stark. Ich werde dich auseinandergenommen. Goofy-Turbo. Goofy-Trombe. Ah, cool. Ja, das wird kompliziert. auch übrigens du hast du dich doch nicht gesehen sind unterwegs getrennt worden hauptsächlich zugestoßen lassen uns suchen werden wir karlow verfolgen ich habe das dumme gefühl wir sollten so viel bitten uns einfach zu folgen karlow ist durch diese türen stimmt ja scheint fest verschlossen zu sein war diese vertiefung an der tür ihre frauen gleich in den wappen der herzlosen wenn wir die richtigen einsätze finden finde die wappensiegel immerhin gut sie kann fliegen ich muss gar nichts machen wofür macht das ganz gut so gehen wir mal durch die türen was haben wir hier das müsste sich für den türmechanismus verwenden lassen wappensiegel halten was das wohl ist werden wir es jemals herausfinden also können gut für ja natürlich folgen damit donald hey das war doch dann hält warte der server ja schnell wo ist er denn jetzt lang ach komm geht mir aus der sonne gut ich glaube unten lang war falsch gibt es hier noch mehr wege wo man lang gehen kann wenn es ist nicht mehr so doch ausgelaufen er ist können wir wollen dass in hell Alte, ein Wüvern. Gufi macht das schon ganz gut. Danke, das hab ich gut gemacht. Das war Gufi. Gufi? Gufi. 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 Nein. Gufi. machen wir erstmal das hier kaputt ich bin selber sehr verwirrt okay guffi macht kaputt macht die trombe mit dem schild heute nein guffi das war nicht gut so und wir bekommen die europäische 1 so müssen wir uns auf den schalt aktivieren da haben wir kommen jetzt dahin ja das schaffe ich so nicht ja immer dieser blöde diese jumpblocks die hauen es raus okay komm guffi ist in Ordnung geschafft hat noch drei Sekunden Zeit okay guffi da sind blöcke zum zerstören wer ist in Ordnung ist in Ordnung wie wird das nun dann noch Donald steuern das erste mal hier ne das Ding mitnehmen Lockensiegel halten also auf ein neues ich bin doch sonst in diesem jump and run passagen ne ok ich war mal das jump and run passagen schon schlecht weißt du was guffi mach kaputt nein guffi jetzt mach kaputt da muss ich nur zu helfen müssen ähm bisschen man muss die öffnung mit guffi zu helfen müssen so das aero resistenz plus drei wisst ihr was ich glaube ich werde mal wieder ein bisschen was in die status matrix aufrüsten so aero resistenz plus drei oh das war's okay ähm guffi hilft hier kommt glaube ich auch noch mal ein bisschen was so guffi zerstöre alles jetzt kann man natürlich auch noch nach unten mit guffi und dann unten mal alles kaputt machen wo Donald wohl steckt er muss irgendwo sein meine meine stimmen sagt man schon mal besser oh stimmt danke guffi so bekommen wir auch immer noch ein paar hp wieder dazu medica so diesmal keine herausforderung mehr für unseren champ mit dem schild ich stehe noch hier und gucken zu wie guffi die ganze drecksarbeit macht machen bitte den hier guffi was ne herausforderung mit guffi so erstmal hier so ein monster schatten schatten okay da folgt aber dann machen wir hier wieder kaputt das ist denn es kann nicht sehen steht es nur links nach rechts warum auch immer das macht die 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 trombe die rolle könnte nicht immer noch. So, mach das auch mal kaputt. Und das bitte. Wie viel Zeit hab ich? Eine Sekunde. Oh. Da war mal in letzter Sekunde. In aller, allerletzter Sekunde. Mh, mach den ja bitte kaputt So, und ich denke, ich werde jetzt schon Mal vorbereitend Mh, lass den gut für immer Zeit Zack, ich habe es sogar noch bekommen Da sieht man mal Ein guter Goofy ist immer schwer zu finden Aber wir haben einen guten Goofy So, Donald Im nächsten Part, Leute, im nächsten